Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, dass wir jetzt schon eigentlich viel über den Hiring-Prozess auch gesprochen haben, weil das ist ja das Schöne an dem Konzept eigentlich, dass da die Zusammenhänge klar werden von diesem gesamten Teambuilding-Prozess, weil es ja natürlich nicht nur darum geht, also ein Team aufzubauen, besteht sowohl aus Additionen als auch aus quasi Substraktionen, weil man muss ja quasi diese Teile erst richtig zusammensetzen und das ist eigentlich, jetzt haben wir schon ganz viele Dinge erwähnt, die natürlich auch in diesem Higher-Slow drinnen sind und das Higher-Slow bedeutet eben genau diese schon sinnvolle Idee von einer Probezeit zu nutzen, um herauszufinden, ob die Person in das Team passt und eben nicht sofort tatsächlich der Person alles auch anzuvertrauen sozusagen und sie quasi sofort einzugliedern in alle Prozesse, wenn es noch nicht klar ist, ob es eben nachhaltig Sinn macht. Und für mich sind da, also das ist wahrscheinlich ein Thema, das können wir oder werden wir sowieso noch öfter besprechen, aber für mich fließt einfach immer mit, dass dieses Verständnis über die eigene Unternehmenskultur beziehungsweise das Verständnis von Teambuilding ist für mich die absolute Grundlage in sämtlichen Hiring- und Firing-Prozessen, wenn man das so möchte, weil wenn man das als Führungskraft oder als Unternehmen oder Team oder wie auch immer nicht für sich selbst schon mal irgendwie, ich sage jetzt mal, philosophisch das Konzept klar hat, was ein Team sein soll, dann hat man keine Chance, nämlich keine Chance nachhaltig irgendwas erfolgreich aufzubauen, weil einfach die Grundessenz fehlt, anhand der man Entscheidungen trifft. Und das ist, finde ich, also bei mir auch beim erneuten Lesen vom Artikel ist mir das immer wieder bewusst geworden, das ist der Kern der Geschichte, dass du musst einfach zuerst verstehen, für dich selbst, also das muss natürlich zuerst auf individuelle Ebene passieren, was für dich ein gutes Team bedeutet, welche Bestandteile hat ein gutes Team, welche Werte, eben wie du es schon gesagt hast, welche Werte hat dieses Team und so weiter und so fort. Dann kann man quasi weitergehen und sagen, okay, wie baue ich das zusammen mit anderen Menschen und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich, für mich das Ganze durchgezogen irgendwie auch in dem Artikel wieder.